Effizientes Mitarbeitertraining, unabhängig von Zeit und Ort, mit Video-Roleplay. Das ist Herr Fink. Als Vertriebsleiter weiß er, gutes Training für seine Sales-Mitarbeiter ist das A und O. Die sind aber gar nicht so einfach zu erwischen, weil sie immer unterwegs sind und das auf der ganzen Welt. Videochat wäre eine Lösung, wäre da nur nicht die Zeitverschiebung. Herr Fink weiß nicht weiter. Wie sollen Trainings in Zukunft aussehen? Die Lösung heißt Video-Roleplay. Auf der übersichtlichen Trainingsplattform stellt Herr Fink per Video Aufgaben an seine Mitarbeiter, zum Beispiel an Sarah. Diese zeigt ihm, was sie kann, indem sie im Anschluss ebenfalls einen Clip aufnimmt. Und zwar so oft, bis sie mit dem Ergebnis zufrieden ist und es abschickt. Durch die Wiederholung prägt sie sich die Lerninhalte besonders gut ein. Sarah kann mit Video-Roleplay also ganz in Ruhe üben, wann immer sie Zeit hat. Der Stress, den sie sonst bei Übungen vor den Kollegen hat, fällt weg. So kann sie ihre beste Performance entwickeln und auch direkt zeigen. Und Herr Fink kann von überall überprüfen, wie gut Sarah seine zuvor festgelegten Bewertungskriterien erfüllt und entsprechend Feedback geben. Entweder per Text oder ebenfalls per Video. Beide haben dadurch die Möglichkeit, ihre Zeit so einzuteilen, dass sie optimal produktiv arbeiten können. Spitze. Zudem kann Herr Fink in verschiedenen Szenarien besondere Bedingungen für seine Aufgaben festlegen. Um zum Beispiel Stresssituationen üben zu können, steht Sarah im Hotseat-Szenario nur eine einzige Aufnahme für ihre Übung zur Verfügung. Und ihre Vortragsfähigkeiten trainiert sie im Präsentationsszenario. Dort kann sie Herrn Fink in einer Bild-im-Bild-Anzeige ihre Folien in Echtzeit präsentieren. Durch seine Bewertungen sieht Herr Fink auf einen Blick, wie sich seine Teilnehmer entwickeln. So kann er gezielt coachen und effizient planen und spart dadurch Geld und Zeit. Besonders gelungene Übungen kann er für das Leaderboard freigeben. Dadurch können auch andere Teilnehmer diese sehen und so von Sarahs Leistungen lernen. Und weil Video Roleplay dieses Wissen auch speichert, entsteht eine unternehmenseigene Wissensbibliothek, von der alle profitieren. Herr Fink ist begeistert! Mit Video Roleplay ist die Schulung seiner Mitarbeiter effektiv und nachhaltig. Das interessiert Sie auch? Nutzen Sie das Angebot von AAA und lernen Sie Video Roleplay in einem Webinar kennen. Wir freuen uns auf Sie! www.идz.ru Untertitelung des ZDF, 2020